Der Rover Trust Tube Scooter bietet eine neue Vielfalt an Aufbaumöglichkeiten. Der Scooter kann auf einer 290 mm Traverse oder auf Mannesmann Rohren mit einem Durchmesser von 33 bis 48 mm fahren. An den Endpunkten werden Spurschwellen montiert, an denen magnetische Hardstops befestigt sind. Diese sorgen für ein ruckelfreies Abbremsen des Scooters. Der Scooter selbst wiegt 8 kg und kann Kamerasetups bis zu 90 kg problemlos bewegen. Optionale Sicherungshalterungen schützen vor einem unbeabsichtigten Kippen des Scooters. Die Reifenlager selbst können sich um 360 Grad drehen und sind somit auch für gebogene Tracks und Schienen einsetzbar. Auf dem Scooter selbst befinden sich 2 x 3,8 Zoll Gewindebohrungen im Arri-Style. Jederzeit können Sie den Scooter auch upside down fahren lassen. Hierfür muss man lediglich den Aufnahmeadapter umdrehen und diesen in denselben Gewinden wieder befestigen. Durch seine 12 gummierten Reifen lassen sich sehr weiche und auch langsame Kamerafahrten ermöglichen. Auch im upside down Modus funktionieren die magnetischen Endpunkte an den beiden Spurschwellen hervorragend. Mit einem einfachen Lösen der Befestigungsschraube können Sie die Stützschwellen von den Stativen abnehmen. Die Stützschwellen selbst haben ein 16 mm Loch für die Aufnahmen von Standard-Stativzapfen. Bei schweren Kamerasetups und längeren bodennahen Kamerafahrten dient eine Stützschwelle für die benötigte Stabilität. Die Stützschwelle kann ebenso auf montiert werden. Der Scooter selbst wird einfach wieder auf die Rohre aufgesetzt und ist sofort einsatzbereit. Dieser schnelle Umbau spart Ihnen Zeit und Energie. Wie es der Name schon verrät, können Sie mit dem Scooter auch auf Traversen fahren. Aufgrund geringer Spurdistanzunterschiede von Traversen ist die Laufspur des Scooters einstellbar. Dadurch bieten die Räder den optimalen Halt und eine ruhige Kamerafahrten. Die Stützschwellen an den Endpunkten können Sie selbstverständlich auch auf den Traversen einsetzen. Die magnetische Dämpfung funktioniert natürlich auch hier einwandfrei. Egal in welcher Höhe oder mit welchem Gewicht Sie mit dem Scooter arbeiten, dieser fährt immer leichtgängig und ermöglicht somit die besten Ergebnisse. Das Basispaket enthält den Scooter. Optional gibt es einen Koffer, die Spurschwellen, den Sicherungssatz, damit der Scooter nicht umkippt. Eine Ablage für Zubehör, die Stützschwelle, Euro-Zapfen, Mitchell-Mount, Neigeplatte, 100mm und 150mm Bowl-Mount.